Tja, also nochmal eine Begrüßung von uns allen hier oben. Wir werden einige kurze Fragerunden hier veranstalten und dann aber die Frage auch sehr gerne weiter ans Publikum geben. Das heißt, wir sollten Sie auf jeden Fall mit einbeziehen, auch damit es Ihnen hier nicht zu langweilig ist. Aber es ist auch so, was wir bisher gehört haben, alles andere als langweilig. Wir sind jetzt bereits bestens da mal vorbereitet, was, ja, oder wir wissen jetzt gut Bescheid, aber das, was Herr Böll für eine Figur war. Die Frage ist natürlich, wie kann man das auf die heutige Situation vortragen? Und da würde ich an Herrn Foltermann als erstes vielleicht gerne mal die Frage stellen, wie kann man einen Bogen spannen von dem, was Böll damals gemacht hat und Böll sich verhalten hat, zu dem, was heute ist? Welche Rolle spielt der Schriftsteller heute noch im eigenen Land? Ich möchte mich dazu ein bisschen auf die, wenn du leider ablesen, die Tanja Dückers beziehen, die in einem Artikel, wo es um die Parteiname der Schriftsteller für die SPD ging, schon bereits 2005 war, das ist ja im letzten Jahr, hat sie ein Artikel geschrieben, da hat sie gesagt, eigentlich sollten die Schriftsteller doch Visionen entwickeln, die sollten nicht Politik betreiben. Und sie sagt, es ist ganz deutlich, bei diesen Schriftstellern, da stehen nicht Missionäre im Vordergrund oder sowas ähnliches, da stehen nicht Missionäre, sondern da stehen Pragmatiker in einer Reihe. Oder vielmehr, sie stehen im Reich und Blüten, die Soldaten. So schreiben sie das. Ist das heute auch so, was meinen Sie, Herr Feutermann, stehen die Schriftsteller heute im Zuge dieser Medienbegeisterung, dieser Medienvermarkten, die in der Reihe nicht aufziehen? Nein, das meine ich überhaupt nicht. Ich glaube, der Punkt war, dass eine kurze Zeit, das habe ich in meinem Redenwort ja versucht zu sagen, eine kurze Zeit gab, wo Geist und Macht sich sehr nahe gefühlt haben. Das war so die Ära, so im 1970-Jährigen. Da gab es eine Aufgabe, Deutschland wieder in den Kreis der geachteten Nationen zu bringen, und zwar geachtet, nicht nur wegen seiner wirtschaftlichen Potenzial, sondern auch als ein Land, das sich sehr um seine Eigenverstandenheit kümmert, moralische Schlussfolgerungen daraus zieht. Und der Willy Brandt, der von Seiten der Politik das verpräsentiert hat, der wurde sehr schnell durch die Pragmatiker, die ihm erwähnt wurden. Also, das ist kein negatives Urteil bei Helmut Schmidt und vor allem der Bundeskanzler in Deutschland, dass von da an sich die Intellektuellen getrennt haben. Und gute Literatur, guter Journalismus, gute Zeitkritik, gute Gesellschaftskritik, von da an wesentlich dadurch bestimmt war, dass sie unabhängig war, dass sie kein Parteigänger war. Wir können uns das am einfachsten ja bei Journalisten vorstellen. Ein justparteilicher Journalist, der lässt eben manche Dinge weg, der Partei, die gegenwärtig an der Regierung ist, nicht zu schaden. Der verschweigt bestimmte Dinge und lobt bestimmte Dinge, die die Regierung gerade getan hat. Das brauchen wir nicht. Und das ist etwas, was wir bei Intellektuellen eigentlich heute auch nicht beobachten. Wir haben eine heftige, gerade auch in Deutschland, eine heftige Diskussion über Journalismus, der als verlogen gilt, der als einseitig gilt. Aber ich glaube, das ist eine zugespitzte Polemik, die nicht trifft. Intellektuelle, Schriftsteller, Journalisten sind unabhängig. Sie sind nicht Parteigänger, sondern sie sind eine Instanz, die von außen beobachtet, die sich selber als Personen engagieren, aber die eben durch guten Journalismus, durch gute Zeitkritik und auch durch gute Literatur der demokratischen Kultur und der Entwicklung der Gesellschaft dienen sind. Ohne, dass sie deswegen blind werden gegenüber den Fehlern, den Einseitigkeiten der jeweils Verlierenden. Sie sind engagiert in Einzelpunkten, Fels. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn ich kann, der Dücker es eben in ihrem Vortrag betont hat, ich selber will kein Parteigänger sein. Und da ist sie authentische Nachforderung von Heinrich Böll, der das auch für sich beantragt und beansprucht hat. Und Grass, der war ja Mitglied der SPD, der hat richtig Wahlkampf gehabt für die SPD, den ist dann auch in den 90er Jahren, auch aus der SPD ausgetreten. Das gilt nicht mehr zusammen. Vielleicht erst mal so viel. Dankeschön. Dann müssen die Frage, die Tutsche-Präsidentin, so was bleibt es weitergehen. In Griechenland gab es vor den letzten Wahlen im Jahr 2015 eine falsche Unterstützung, gerade der intellektuellen Fütze-Klass, der angeöffentlicht hatte, diese Politik der vorherigen Regierung zu beenden und die Forderung nach Reparationszahlen nur durch die Deutschen endlich durchzusetzen. Insofern schien in Griechenland tatsächlich Visionäre am Garten. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wird hier nichts dahinten? So, jetzt ist gut. Ich weiß nicht. Okay, also nochmal die Frage. In Griechenland gab es vor dem letzten Mal eine falsche Unterstützung der Intellektuellen für Tsipras. Tsipras hatte ja eine ganze Menge angekündigt, eben die Politik der rechten Regierung vorher zu verhängen und die Forderung nach Reparationszahlungen durch die Deutschen durchzusetzen und ähnliches mehr. Insofern schienen in Griechenland zu dieser Zeit tatsächlich Visionäre am Werft zu sein. Wie stellt sich die Situation Ihrer Meinung nach jetzt da? Standen die Intellektuellen tatsächlich in Rai und Griechen mit Syriza oder tun sie das noch, tun sie es nicht mehr? Wie sehen sie die Lage? Ja, das ist das, was nicht die Möglichkeit, Mein Vater hatte eine Ex-Ore in der Tita-Torien von den 1. April 1967 bis zu den 1. April 1971. In diesen Jahren, in den 4 Jahren, in der Niveau Leroth, er hat sie gelernt. Ich habe die deutsche Sprache gemacht. Ich habe die deutsche Sprache gemacht. Und dann, wenn ich mich kam, ich erinnere mich, die Katerina Blum, und andere Bibliotheken, auf dem Bildschirm. Er hat sich in dem Bildschirm gemacht. Er hat die deutsche Sprache gemacht. Er hat die deutsche Sprache gemacht. Mit dem Bildschirm, von Bell und von Grasfer, und mit vielen anderen. Ein einfaches Analyse. Ich freue mich auf eine Frage, die sehr interessant ist. Ich glaube nicht, ich wusste nicht für die Germanische, ich wusste auch für die Englische, und ich wusste auch für die Englische. Ich wusste auch für die Englische, dass es ein freundlich ist. Ein freundlich ist, oder ein freundlich ist. Ein freundlich ist, ein freundlich ist, mit einem ideologischen Sprache. Ich glaube nicht, dass ich nicht, dass das Allgemeine, der Unterricht oder Katerina, der Vorwärmliche Sprache, die Aufmerksamkeit, der Wachstum, der Weggewichter der Wachstum, der Wachstum, der Wachstum, von Syriza. Das ist einfach so, und in einem bestimmten Fall, eine stoffe, eine verschiedene europäische Logik, die in einer anderen Situation, die kritisiert, die in einer anderen Situation, oder die kritisiert. Ich glaube aber, dass der Weg mit dem den Weg diese Geschichte, Die besonderen Hellen-Archsteller, in der Zusammenarbeit mit einem Teil des Dachstinkeitskischen Rechtsstaatlichen, und zwar ein Spanitstoff. Wir leben, und zwar das habe ich gesagt, wir leben, wir leben, nicht in der Verlangenen, sondern wir leben eine große Verlangenheit und Verlangenheit, die wir antipolitisch sind, kinhentische, und an einigen, ein künstlerisches Phänomen, In einem Mechanismus oder eine antipolitische Strophe, den Raum, das ist, ich spreche, für einen Raum, 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 für einen Raum. Ich spreche nicht über die Laufgärmste Strophe, aber das sind andere Fragen. Ich denke, das ist das, was Kass Munde sagt, der Kass Munde ist, das ist die Veröffentlichung der Laufgärmste Strophe. Das ist auch das, was das, was die Veröffentlichung der Laufgärmste Strophe, die Zusammenarbeit und die Veröffentlichung der Laufgärmste Strophe, die sich auswählen, der ein Veröffentlichung der Laufgärmste Strophe und dem die Veröffentlichung der Laufgärmste Strophe in den Moment eines anderen Plänen. In den Momenten, zu den 8 Jahren der Krebschkeitschein, wir die Wähler in die Veröffentlichung der Laufgärmste Strophe, Wie sagen wir das hier in German? In den Nien. Wir befinden uns auf die Basis des Dys, aber auf die Basis des Dysvorei, die nicht in der Ausstellung von der Ausstellung oder in der Ausstellung von einer ethne, in der Ausstellung, in der Ausstellung, die nicht politisch in Deutschland entschuldigt. Sie entschuldigt sich aus dem Ausstellung, Denn es gibt den Phänomen der Hrussien-Aufgäu, aber der Hrussien-Aufgäu ist die Extremistik-Echtigung. Es ist nicht eine Ethnistik-Echtigung, die in der Klinik-Politik-Pächtigung kann. Mit dieser Meinung ist, ich glaube, dass diese Geschichte des Filialismus, des Kinematischen Filialismus, dass die Leute in den Jahren in den Jahren in den Jahren, von Zizek bis die Butler, bis die Engel-Strocks-Pistern bis die Germanen, die Erleufstärs-Aufgäu, hat die Menschen in der Zeit gearbeitet. Denn sie haben nicht gedacht, anstatt sie zu denken, was sie können für den Klinik-Politik, für den Modell der Entwicklung, für die Produktion, für verschiedene Dinge, die sich einfach mit dem Gehirn zu denken. Ich werde hier ein bisschen reden, weil ich hier ein bisschen zu reden will, aber ich werde hier ein bisschen sagen, dass viele Zeiten, in unterschiedlichen Zeiten, wir müssen den Gehirn der Gehirn aus dem öffentlichen und politischen Gehirn von dem öffentlichen Gehirn. die eine Einheit zu verabschieden. Das andere ist aber, dass die Städte und die Städte einer Krisenkrise verabschieden wird. Ich denke, dass es eine Grundlage für die Verwaltung der Verwaltung von Verwaltung erledigt, untergrund von einem anderen Landeuten, die Germanen, der Geschwistern, die Gelenländer, der Hellen und der Lande. Die Führung war aber auch die Verlögerung, die wir nicht mehr über die nächsten Werteilen können. Ich bin ein bisschen zu verabschieden, aber etwas, das ist ein Werteilung, das ist ein Werteilung, das ist nicht ein Werteilung, sondern ein Werteilung, sondern ein Werteilung, Nächste Frage, Lisa. Herr Schock. Die Darstellung, wie sich das in Briechenland aussieht mit der, ja, mit dem Intellektuellen als öffentliches Stimme und als Gewissen der Nation und ähnliche Dinge, wir werden darauf zurückkommen. Jetzt würde ich aber gerne auch meine Kollegin Eleni und Rudolf fragen, was macht man an der Uni damit? Eleni, wenn du Literaturwissenschaft lehrst, wenn du Böll in deinen Seminaren vorkommen lässt, und ich glaube, da kommt es ja ab und zu bei dir vor, was machst du mit ihnen? Wir haben ja nun dieses wahnsinnige Privileg oder den Fluch, wie man es sagen mag, die nächste Generation zu beeinflussen und zu prägen. Das ist auch ein Teil unseres Jobs irgendwo. In einem Seminar über Böll. Wo stehst du da als Person? Wo stehen die Studierenden? Wo steht der Böll da? Ich möchte mich auch recht herzlich für die Einladung bedanken, hört man mich auf die Übersetzer und natürlich auch, wie alle begrüßt sind, auch wenn es später am Abend schon ist. Ich muss dazu etwas einschieben, was vielleicht nicht allen bekannt ist, denn das akademische Leben oder die Philologie, die Literaturwissenschaft ist von einem Mord sehr stark beeinflusst worden, nämlich den Punkt des Autors, dieser Mord hat dazu geführt, dass das Augenmerk in der Literaturwissenschaft etwas von, nicht etwas, sondern sehr stark von der Biografie, von dem Leben des Autors weggerückt worden ist, hinzu im Text selber und dass die Interpretation eben mehr oder weniger auf den Text zieht und sich um den Text dreht. Das hat zur Folge, dass der Autor einen sehr, sehr kleinen Raum einnimmt in den Literaturwissenschaftlichen Seminaren, was ich sehr schade finde, wo, aber um das ganz kurz in einen Vergleich zu stellen, Wir halten etwas, die in Zaloni in unserer Abteilung, drehen sie etwas mehr auf den Autor ein, was wir von den Erasmusstudenten bestätigt bekommen, die fragen, ja, Frau Georgock, bei Ihnen geht es um das Werk, Sie nennen den Autor, Bei uns in der Abteilung ist das verfönt, da wird weder über das Werk des Autors reden, das Wort Werk ist verboten, sondern es geht immer wieder um den Text selber, das heißt, wir versuchen immer wieder, glaube ich, auch auf den Autor zurückzugreifen, ihm seine Zeit einzuordnen, die auch mit eingezogen werden muss, wenn wir über Texte reden. Dann, Böll, mit seiner Person kommt natürlich auch immer wieder vor, wenn es um die Strukturgeschichte in Deutschland geht, über die Phasen der 68er Bewegung und wenn es um die Phasen der Kriegungsbewegung geht. Das, was Ziel sein sollte, ist, glaube ich, etwas mehr wieder den Autor mit einzubeziehen, weil wenn der Autor auf der literaturwissenschaftlichen Ebene dermaßen in den Hintergrund gerückt wird, und wenn es keine Subjekte gibt, gibt es auch keine Moral und keine Ethik. Das ist also etwas, was sich weiter fortsetzt und ich glaube, dass wir Dozenten, Professoren, dann noch ein sehr weites Feld haben, an dem wir arbeiten können und wo wir wieder den Weg nicht unbedingt zurückgehen sollen, denn der Tod des Autors hat auch zur Folge, dass die Interpretationen der literarischen Texte nicht mehr wie eine Gleichung behandelt werden und festgefahren sind, sondern dass es eine große Offenheit gibt an Interpretationen, aber dass wir doch ein Weg finden müssen, wieder auf die Autoren und auf die Subjekte einzubinden, auf die Menschen, die dahinterstehen. Das als Herausforderung an uns. Danke, Präsentiere. Ich glaube, das hat auch hier den beiden anderen Gästen aus der Seele gesprochen, dass hier was bleibt. Ich sehe, Sie nicken dazu und ich habe das Gefühl, Sie haben eine ähnliche Meinung dazu. Ich würde Sie gerne auch noch seit dem Anschluss daran fragen, Herr Böll hat geschrieben, Herr Böll hat die Feder gehabt, er hat nicht das Schwert gehabt, aber er hat die Feder gehabt. Heute hat der Autor vor allem ja einen Laptop. Welche Medien gibt es? Wie drückt sich der Autor heute aus? Wie drückt der Autor sein Engagement aus? Sie haben so ein schönes, ich habe gerade dieses letztes Kurzgeschichtenbuch gelesen, was Sie mir netterweise mitgebracht haben, als wir uns das erste Mal trafen. Und mich hat der Titel gleich schon so, ja, ja, wirklich angezogen, ein Mann, der fällt, war das Böbefte. Wer fällt da? Was bedeutet das? Welcher, welche, was, was schreiben Sie heute? Welche Metaphore benutzen Sie? Wie erreichen Sie Ihr Publikum? Wo ist das, was Sie Quietschen und die ... die persönliche Erfahrung ... ... und zu reden, wie ich ... ... die Erfahrung des Logo-technischen ... ... in den letzten Jahren ... ... und ob etwas verändert hat. Ich glaube, das ist, dass ... ... die Logo-technischen ... ... die Menschheit ... ... oder der Menschheit ... ... die Menschheit ... ... und der Menschheit ... ... und der Menschheit ... ... mit einem ... ... mit einem ... ... einfach ... ... und ich glaube, wir sind ... ... mit der Menschheit ... ... und wir müssen ... ... das ... ... die Logo-technischen ... ... die Krise ... ... die Gesellschaft ... ... oder die Gesellschaft ... ... oder ... ... die Menschen ... ... die Menschen ... ... oder ... ... das 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 ... Das ist eine Art des Kultus, das ist nicht eine Kultus, nicht eine Kultusik, sondern auch das, was wir sagen, dass du in der Zeit verabschiedet bist, in der Zeit des Kultusik. Du hast keine Kultusik, du kannst nicht einen Horizonten, einen Horizonten. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn es möglich ist, kann man es technisch verabschiedet werden. Das ist ein Stichema. Und es gibt verschiedene Strategien. Hierzu, wenn man die Kultusik, das ist eine Kultusik, das ist eine Kultusik, das ist ein wichtiges Erwartetnis. Ich habe etwas über die Englisch-Kultusik. Ich glaube, dass in den letzten Jahren eine Strophe, in den letzten Jahren, 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 eine Strophe zur Geschichte. Eine Strophe, das ist eine Strophe, die viele, über die Jahre, über die Jahre des 40. Für den Infilien, für die Verabschiedung, für die Verabschiedung, für die Verabschiedung, für die Verabschiedung, von der Verabschiedung, von der Verabschiedung, der Verabschiedung, der Verabschiedung, von 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 demぽ Statistics ist nicht ohne Schüler, wobei wir sehr wichtig sind. Das heißt, Sie sprechen durchaus für eine ganz klassische Literatur, in Buchform, in Romanform und allen möglichen klassischen Literaturformen. Herr Pottermann, wie sieht das in Deutschland aus? Wir hatten von Frau Dückers gehört, dass sie zum Beispiel regelmäßig für die Zeit schreibt. Sie ist sehr präsent in den Medien generell. Ist das mittlerweile notwendig, unser Publikum zu erreichen? Wie würden Sie das beurteilen? Sie sind näher dran an der Szene. Wenn man ein engagierter Schriftsteller, ein Intellektueller, jetzt muss man die Begebenheit benutzen. Er hat das ja auch getan. Er war für seine Verhältnisse außerordentlich lediglich. Er hat Hörspiele geschrieben, er hat Kurzgeschichten erzählt, er hat Lesungen mitgehalten. Das Problem heute ist, wie ich es sehe, eher so, dass die moderne, neuen, elektronischen Medien in hohem Grade, selbstreferenziell, die beziehen sich auf kleine Kreise von Interessierten, die sozusagen auf diese Nachricht aboniert sind. Und man kreist in einem kleinen System, der gleichgesinnt und erreicht eigentlich nicht mehr ein Publikum, das noch überrascht werden kann und das auch überrascht werden möchte. Das war zu Beginn schon noch anders. Auch deswegen hat er so viel Ärger ausgelöst, bei ihm auch Leute gelesen oder von ihm gehört haben, die ganz und gar nicht einverstanden waren mit dem, was er geschrieben hat. Während wir heute diesen Kreis haben, wir nennen das Echoräume, dass, glaube ich, die elektronischen Medien lauter Echoräume schaffen, wo ich spreche und das schallt ja zurück von denen, die von vornherein sich nur immer auf, auf Peutermann, auf Dückers und dergleichen sozusagen konzentrieren und einverstanden sind und ihr Like geben oder irgendwie so etwas. Und das führt zu einem Verlust an kritischer Debatte. Und darum müssen wir nachdenken. Ich bin entschiedene Auffassung, ja, ich bin für guten Journalismus, bin in dem Sinne für autonome Literatur, die gute Literatur sein will und nicht Parteigänger von. Aber wir müssen eben sehen, dass die Medien uns zunehmend Schwierigkeiten machen, eigentlich den Effekt von Literatur sozusagen noch nachzuvollziehen. Und vielleicht sogar auch. Eleni, dann würde ich die Frage an dich weiterreichen. Wie bringt man heute den engagierten Autor, die engagierte Autorin, an Studierende, die 20. bis 18, 19 oder so was, wie bringt man das an die ran? Ich glaube, es geht darum, ich schließe hier auch nochmal an, in diese kritische Debatte. Ich glaube, dass es wichtig ist, wir sind ja stark am Text zentriert, was aber auch nicht so schlimm ist, wenn das, was der Text um uns geht, ein Spielraum ist, bei den Studenten den kritischen Blick zu erfüllen, was ein Vorschritt ist zum späteren Engagement, meine ich, und vor allem, an der Literatur zu üben, sich eine Meinung zu bilden. Denn da kann ich auch bei den jungen Menschen, die zu uns an die Uni kommen, die keine Meinung haben, mitschleifen, aus dem Schulsystem kommen, aus dem sie überfordert sind. Und das, was ganz wichtig ist, meine ich, zumindest geht es mir darum, in meinen Fächern, in meinen Seminaren, dass es gar nicht so sehr enorm inhaltlich geht. Sondern dann eben diesen kritischen Licht und dieses kritische Verständnis und den Mut, sie zu bekommen, die Meinung auf einem Seminar zu vertreten. Und das sind kleine Übungsschritte, die ein ganz späteres Engagement die Basis bilden. Ich glaube, und das sind die Kommissie. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja, dann würde ich eigentlich die Fragerunde auch gerne an Sie, auf Sie weiter öffnen. Was wir hier eigentlich noch gerne diskutieren wollen, und das würde ich vielleicht gerne mit Ihnen allen tun, ist, wie stehen wir heute als Europäer da? Auch im Gedenken an Böll. Böll war ein großer, ein überzeugter Europäer. Und er hat das Werden der Europäischen Union miterlebt. Und er stand dahinter. War eh die nationalistische Karte, die auch natürlich in den 70er und 60er Jahren in Deutschland gespielt wurde. Heute erleben wir ein Phänomen in der Europäischen Union, was ja geradezu gruselig ist, auch wenn die, und das ist der Ausgang, der bis zur ersten Runde der französischen Wahl, jetzt ja wieder ein bisschen hoffen lässt. Also vielleicht ist es doch noch nicht aller Tage Abend. Auch die Holländer haben sich ja letztlich gegen Peer Wilders in großem Stil ausgesprochen vor einigen Wochen. Was wir uns überlegt hatten bei der Planung dieser Veranstaltung war wirklich auch die Frage, was wird eigentlich heute aus der EU? Was wird mit dieser großen Erzählung und welche Rolle spielen die Schriftsteller dabei? Welche Rolle kann Literatur überhaupt dabei spielen? Ich möchte diese Frage einfach auch erstmal, bzw. ich möchte es auch erstmal an Sie weitergeben, wenn Sie bereits irgendwas in diese Richtung sich überlegt haben oder Stellungnahmen abgeben möchten. Ich sehe ja im Moment noch niemanden, Sie warten erstmal noch ab, also möchte ich diese Frage dann erstmal noch an Herrn Sebastalkes weitergeben. Wir können ja heute alle nicht mehr national denken und agieren. Also in welche Richtung denken und agieren wir? Und wie machen wir das? Wie halten wir es als engagierte Autoren oder Leute, die sich mit intellektuellen Autoren beschäftigen? Wie halten wir es mit Europa? Ich glaube, wir leben in einer, wie gesagt, und sehr, wie gesagt, Die Logik des Taubtotietes, die Politik des Taubtotietes, nicht mit dem Äννοen, die in den 18. oder 1990, sondern mit einem anderen Äννοen. Die eher ethnischen, die eher sovimischen. Es gibt verschiedene Modellen der Ethnoproverschaftswert. Das sind die Räume, die in den nächsten Jahren. Nicht die in den Paragnen, aber die haben die Dynamik. Die Dynamik, die Dynamik, aber es muss man die Wahrnehmenden, die Dynamik, in Europa, und in den Vorten und in den Vorten, und in den Vorten und in den Vorten, und in den Vorten und in den Vorten, ist ein ethnisches Taubtotietes. Mit sehr speziellen Charakteristikas. Ich glaube, dass die Schreibenden hier müssen einen Rolle spielen. Ich glaube, dass sie einen Rolle spielen. Ich glaube, dass sie einen Rolle spielen. dass sie eine Rolle spielen können. Dass sie eine Rolle spielen können. Ich glaube, 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 dass sie eine Rolle spielen können. Und das ist eine Rolle spielen können. Ich glaube, dass sie eine Rolle spielen können. Ich glaube, dass sie eine Rolle spielen können. Und das ist es eine Rolleeur itiner, dass sie eine Rolle spielen können. Ich glaube, dass es eine Rolle spielt für die Gesellschaft, CARET por detrimental Sugirdischste, die demokratikistikas. Stichia, έχουν entsomatσει δημοψηφισματικές, logikäes, nicht δημοψηφίους, έχουν entsomatσει πολλά stichia des mazikis kulturas. Äh, anna kriaisende κάποιος, ja na arthrosi, na kan kynönnichi kritikii, na pari popsi desalagies, z.T. Hier wäre eine Wortmeldung, was ist Ihre Meinung dazu? Thank you very much! I am Georg Storanggillis, who has been working for 31 years at the European Union of Brussels. I believe that we all have understood, that the economic crisis is the biggest problem of Europe together with the ethnicistik. But I believe that the ethnicistik crisis differs from the economic. And, of course, there is a problem of the situation and of the big problems. The European Union at this time, has big problems which should be solved. The Prime Minister at the European Union told us that we should be in the European Union. The European Union and the European Union would be very important. and the European Union would be very important. Of course, the European Union would be very important for the European Union and the European Union to be very important for the European Union. As we say, people like Helmut Kohl and Schmidt and Mitterrand and the European Union because we are all closed on our borders. How can the European Union come from the borders and write like a Kafka or a sign? Thank you very much. There are also expressions. I don't know. There are also expressions. I don't know. I don't know. I don't know. but it's an important to hear you. Here I have I have one more. But in this day. Thank you very much. There are two questions. Do I first do this? Thank you. Thank you. Thank you. Hello. I want to ask you. You know I want to ask you Guten Abend, willkommen auf der Saloniki. Ich habe also eine Frage an den ganzen Panel. Hauptsache, Herr Fosumann, der ist der vorste Publikum, Hanik-Pölscher-Stiftung, richtig? Was würde Herr Hanik jetzt sagen, bei dieser ganzen Krise, die nach 2002 begonnen hat, also nach der Fernseh-Depräsion, besonders für die Krise in Griechenland? Was würde Herr Hanik jetzt schreiben? Kann ich ja, zwar ohne großes Risiko, er kann sich nicht wehren. Er ist tot und kann sich nicht wehren. Ich setze mit dem ein, was ich ohnehin sagen wollte. Es war ja viel von Erinnerung, Erinnerung an den Krieg, die Rede bei mir, auch in der Rede von Tanja Bückers. Und das ist ja auch das, was die Europäische Union maßgeblich mit angetrieben hat. Die Erinnerung an zwei verhinderte Kriege in Europa und dass die Europäische Union dafür eine Lösung sein soll. Und wenn Herr Macron jetzt sagt, Nationalismus ist Krieg, dann ist das der Versuch, noch einmal an diese Gründungserinnerung zu erinnern. Aber ich glaube in der Tat, bei der jungen Generation ist das heute nicht mehr so wirksam. zumal wir in vielen Ländern multikulturelle Gesellschaften haben, die diese Erfahrungen zum Teil gar nicht mehr gemacht haben. Während Eltern auch diese Erfahrungen nicht gemacht haben. In Deutschland, die vielen, die aus der Türkei gekommen sind, oder aus dem Irak oder aus dem Irak, und dergleichen uns dann, die haben andere Erfahrungen, diese europäische Erfahrungen, die zur Gründung der Europäischen Union geführt wird, haben sie nicht mehr gemacht. Deswegen noch, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, natürlich ist es so wichtig, dass wir in Deutschland etwa Schrittsteller, Intellektuelle wie Navid Kermani haben, jemand der auch mit seinen Eltern aus dem Irak als kleiner Junge nach Deutschland gekommen ist, ein hoch angesehener Gelehrter ist, als islamischer Theologe, ein sehr erfolgreicher Schrittsteller und eben Intellektueller, und der mit seiner Person eine, durch Deutschland reist, von europapolitischen Diskussionen veranscheidet, nämlich ehemalige Politiker, nie aktive Politiker, mit aufs Podium holt, und mit uns Schulklassen, multikulturell zusammengesetzte Schulklassen dazu einlädt und an die Schulen geht, und ihnen die Vorteile einer Gesellschaft, einer europäischen Gesellschaft, der Europäischen Union, die nicht so auf Grenzen basiert erläutert, die Minderheitenschutz größermaßen zum Prinzip erhebt, wo, ich sage, innerhalb der Europäischen Union jeder Minderheit und Mehrheit sein kann, und nicht Verfolgung und Diskriminierung fürchten muss. Und mir ist das so eindrücklich, weil er als Person beispielsweise genau der Richtige ist, in einer sich wandelnden Gesellschaft mit anderen Erinnerungen sozusagen ein plausibles Argument für eine Europäische Union vorzutragen, das eben weggeht von dieser Kriegserfahrung, und eher sozusagen das Positive. Wir leben multikulturell, wir leben mit einer Sensibilität für die anderen, die Erfahrungen, die die anderen mitgebracht haben, und können uns da gegenseitig akzeptieren. Ich will jetzt nicht wegreden, dass es gerade auch in Deutschland heftige Konflikte gibt, und ich habe zum Teil auch eine weniger positive Neigung, Erhaltung zu vielen Fragen des Multikulturalismus, aber generell finde ich das sehr überzeugend, und ich finde es fantastisch, wie er als Person gewissermaßen eine neue Erzählung in Deutschland zu rekonstruieren versucht wird. Heinrich Böll würde sich zur Krise in Griechenland natürlich erst einmal so verhalten, dass er den Unterschied macht zwischen den Mächtigen und den weniger Mächtigen, und würde die so weit Partei ergreifen, sofort Partei ergreifen, für die, die in der schwächeren Position sind. Er ist aber jemand, der in den 60er Jahren sagte, was uns fehlt, ist das Vertrauen. Das ist vor allen Dingen natürlich bezogen auf das Vertrauen der Menschen nach dem Krieg, die misstrauisch sind zu ihren Nachbarn. Aber Vertrauen ist eine zentrale europäische Kategorie, und darum haben wir den Kostenmangel. In Deutschland ist es ja nicht so, dass überwiegend nur gesehen wird, dass im Mittelmeer das Party gefeiert wird. Es ist so, dass es ein tiefes Misstrauen in die Handlungsfähigkeit des griechischen Staates gibt. Und das ist ja nicht ganz ungerechtig. Und da haben wir ein Problem. Europa leidet, glaube ich, zentral an einer Vertrauenskrise. Nicht so sehr, dass die einen die Verträge sehr maximal auslegen und dass sie einen mehr Geld brauchen und die anderen kein Geld geben wollen und dergleichen. Es ist eine Vertrauenskrise, die wir haben, und das werden wir schauen. Wir können vielleicht hoffen, dass der neue französische Präsident so den Raccord Präsident wird, einen wichtigen Beitrag leistet, indem er eine Vorleistung erbringt. Denn das ist klar, er sagt es ja offen, Frankreich muss gewisse Leistungen erbringen, damit in Berlin ihm Vertrauen entgegengebracht wird. Und wir brauchen einen solchen Schub an Vertrauen. Das geht jetzt sehr ins Politische, weg vom Schriftsteller. Aber Heinrich Böll würde erst einmal ganz klar Partei ergreifen für die Schwächeren. Und er würde versuchen, das gewissermaßen nicht mit Kategorien wie Austerität, Kapitalismus, Finanzkapitalismus zu beschreiben, sondern er würde konkret mit Menschen sprechen. Er würde die Situation von Menschen, die ihren Job verloren haben, die auswandern müssen und dergleichen, die würde er schildern. Er würde schicksalig schildern und nicht mit den großen Kategorien, die vor allen Dingen nicht mit Austerität handeln. Ich glaube, es hätte kein besseres Schlusswort gegeben, würde ich beinahe sagen. Aber wir hatten hier noch einige Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, dass wir die große Veranstaltung an dieser Stelle tatsächlich beenden. Sind Sie nämlich böse? Aber wir haben noch einen Empfang von Herrn Generalkonsul Stechen hier. Und das ist durchaus ein schöner Programm. Das heißt hier, wenn Sie rausgehen gleich rechts, werden Sie jetzt was zu essen und was zu trinken aufgebaut finden. Und ich denke, da lässt sich gut weiter diskutieren. Wir werden alle noch zu Ihrer Verfügung stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr langen Raum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.